Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Donkey Kong 64. Ja, wieder eine frische Folge ist wieder am Start. Das heißt, die gleich rauskommt, wenn ich sie wieder vor spät rausbringe, ist gerade aufgenommen worden. Wie gesagt, ich versuche mal frisch aufzunehmen. Und wenn vielleicht nur ein bisschen. Und wie ihr seht, 91 Bananen. 13 Stunden haben wir schon gespielt auf 44%. Ist schon viel, was wir gemacht haben, ne? Ich weiß nicht, wie viele Folgen haben wir jetzt? 55? 50 Folgen können wir, glaube ich, hinkommen, ne? So, wir haben da hinten, beziehungsweise ich musste gerade noch schauen, was wir neu freigeschaltet haben. Einmal haben wir ja das Ohr von Donkey Kong. Und da hinten hast du eine Plattform, wo uns so schießt. Ich würde mich jetzt gerne interessieren, welches wir als erstes nehmen können. Deswegen gehe ich erstmal jetzt hier rein und dann schauen wir mal weiter. Wow. Ah, hier ist ein Level auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen gleich hier rein. Oh mein Gott, geht weg. Ich will nicht. Ja, da sind da jetzt frische Folgen, das heißt, ich muss die gleiche rausbringen. Das heißt, ich mache hier eine knackige 10 Minuten Folge raus. Dann ist sie auch in einer guten halben Stunde oben. Die meisten machen. Ich bin ja und weg. Ich will doch nicht. Geh weg. Oh, 80 Stück will er hier haben. Haben wir doch. 91 haben wir auf jeden Fall dabei. Jetzt sind wir noch am Stissel. Wir hätten da höchstens Lenky, ne? Ja, das kann man. Ahö. Wann machen. Dann schauen wir gleich gespannt ins nächste Level rein. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da müssen wir hin. Ah, nice. Also alles gleich dunkel und dann müssen wir mal mit da. Press A to fire. Oh, das ist ja auch. Goten, mein Gott. Oh, das ist ja auch. Das ist doch gut so far. B-Bad luck! Ja nochmal, wir versuchen es, klar! Searchlight Seek! Yo yo yo! Ja! Was it hot? Kind of hot? Yeah? mich doch nicht weg wir haben es geschafft alle guten dinge sind immer 5 bei mir hier ist auch so schon so schwer auch ohne licht oder so weil du die melonesen feuern kannst die die Nein, das ist auch! Ah! Nice! Oh, was? Ja, Banana! Oh, was? Oh, Banana! Oh, was? Oh, was? Oh, was? Boom! Boom! Ach so, die zählen auch in dem ganzen Ding! 97... Nein, ich weiß gar nicht, was ich machen soll... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielleicht mit hier mit der Kleinen? Jetzt fehle jetzt mal noch eine Option, also ich nehme eben Tiny mit und hangle mich da eben hin. Versuche ich zumindest. Ist ja auch gerade nicht einfach. Hm. Also, so wäre es vielleicht funktionell dafür. Ja, schaffe ich mal. Ja, mein Hund. Oh, und ich wusste es ist ein Eis-Level. Nice. Schaut euch das an. Schaut euch das geil an. Ein Eis-Level, die habe ich nicht so gewünscht. Ich glaube, das mache ich sogar als erstes nachher. Können wir doch zerstören. Hehehe. Sowieso interessant für mich. Sau Sack. Oh, ich bin begeistert, ein Eis-Level. Ich schaue mir das eben kurz an. Kann ich auch noch öffnen. Ich muss unbedingt angucken, wie viele Dinge brauche ich denn. Oh, das geht noch weiter hoch. Oh, das wäre sogar das nachfolgende, weil das 65 kostet. Aber der guckt mir auch noch einen. Der guckt mir auf jeden Fall noch einen. Da habe ich richtig Lust. Der lebt doch noch. Der lebt doch noch. Nein. Der lebt doch noch einen. Vierer. Da ist mir nicht so gut. Die Freude tut mir configuriert. Ich bin fast. Crystal Caves, oh nice, oh ich bin begeistert und von einer riesengroßen Begeisterung möchte ich mich aber ababschieden, denn folgende Ende ist schon maximal erreicht. Die Folge werdet ihr nachher noch sehen und dann werden wir beim nächsten Mal das schöne Ice Level betreten und dann würde ich sagen, hoffe ich sehen wir uns bei der nächsten Folge, bis dahin, auf der Schüttelbe und tschüss.